Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie du deinen Kennzeichenhalter hier am Auto richtig wechseln kannst, wenn dieser zum Beispiel bei dir schon relativ kaputt ist oder du einfach einen rahmenlosen Kennzeichenhalter haben möchtest. Wenn du also Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Bei meinem Kennzeichenhalter hier stört mich jetzt einfach diese Werbung hier unten. Ich finde, das schaut nicht wirklich schön aus, weswegen ich hier jetzt einen rahmenlosen Kennzeichenhalter einmal hin montieren möchte. Das Ganze geht natürlich auch, wenn du einfach einen neuen Kennzeichenhalter dir zulegst mit Rahmen, dann kannst du diese Anleitung auch auf jeden Fall verwenden. Zuerst einmal müssen wir das Kennzeichen hier abmachen. Hierfür habe ich auch schon ein extra Video gemacht, weswegen ich da jetzt nicht so detailliert drauf eingehe. Bei mir sind es diese zwei schwarzen Haken hier oben, welche ich einmal leicht lösen muss. Dann kann ich das Ganze eigentlich auch schon relativ einfach entfernen. So, noch etwas rüber und schon kann ich mein Kennzeichen rausnehmen. Du kannst sehen, bei mir wird der Kennzeichenhalter jetzt mit zwei Schrauben hier noch gehalten. Das sind normale Geräuzschrauben. Diese einfach mal mit einem Geräuzschraubendreher dementsprechend gegen den Uhrzeigersinn rausdrehen. Die Schrauben sind gelöst und jetzt einfach mal den alten Kennzeichenhalter abnehmen. Ich habe bei meinem Auto jetzt hier noch eine Filzschicht drunter. Das kann bei dir natürlich jetzt nicht der Fall sein. Dann kann es sein, dass hier lauter Verschmutzungen oder irgendwelche alte Kleberrückstände sind. Diese würde ich einfach entfernen, dass das Ganze hier wieder optisch einen sauberen Eindruck macht. Danach solltest du auch noch dein Kennzeichen hier auf der Rückseite mal staub- bzw. fettfrei machen. Das geht am besten mit einem speziellen Industriereiniger. Kannst du im Notfall aber auch mit Spülmittel und Wasser machen. Hat einfach den Sinn, da mein neuer Kennzeichenhalter hier jetzt noch deinen Klebestreifen drauf macht. Und das Ganze soll natürlich auch super halten. Wenn die Rückseite jetzt staub- und fettfrei ist, einmal den neuen Kennzeichenhalter. Bei mir sind das jetzt diese zwei kleinen Teile hier nehmen. Und das Ganze einfach mal so an ein Auto hinhalten, wie es danach auch ungefähr sein sollte. Und jetzt mit Schrauben befestigen. Oftmals sind übrigens auch neue Schrauben mit dabei. Bei mir haben jetzt jedoch nur die alten gepasst, weswegen ich einfach diese hergenommen habe und diese geruhigt weglegen kann. In meinem Fall muss ich jetzt noch diese Klebestreifen hier einmal runter machen. Diese halten das Kennzeichen nämlich dann nochmal extra. Deswegen habe ich auch die Rückseite so sauber gemacht. Das Kennzeichen danach einmal mittig hinhalten. Soll ja schließlich später nicht irgendwie schief drinnen sein. Und dann zuerst einmal von unten das Ganze einfädeln. Und jetzt mit etwas Druck hier oben noch reindrücken, bis das Ganze ein leichtes Klicken macht und einschnappt. So wie bei mir. Und jetzt noch hier die Klebestreifen etwas dran drücken. Und schon ist das Kennzeichen mit dem neuen Kennzeichenhalter auch schon dort. Optisch ist das Ganze jetzt auf jeden Fall schöner als mit dieser Werbung hier und vor allem auch den schwarzen Rahmen. Das Einzige, was man halt noch sieht, sind diese vier Plastikhaken. Doch die halten das Nummernschild wirklich bombenfest. Und das Ganze kannst du unter der Fahrt einfach nicht verlieren. Wenn du dir zu Hause jetzt einen neuen Kennzeichenhalter entweder mit Rahmen oder auch ohne Rahmen zulegen möchtest, dann empfehle ich dir hierfür wirklich nur Amazon. Hier hast du eine sehr hohe Qualität von Markenherstellung zu einem relativ günstigen Preis. Und das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert. Und du musst nicht extra in ein Fachgeschäft hierfür fahren. Wenn du dir also einen Kennzeichenhalter zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken. Und du kommst direkt zu Amazon. Wenn dir dieses Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du noch hier oben meinen Kanal abonnieren und somit kein neues Video mehr zu verpassen. Und hier unten in der Videobeschreibung auf den Link klicken, damit du meinen kostenlosen Energiesparrechner downloaden kannst, um zu Hause jährlich bis zu 500 Euro einzusparen.